Wir haben mehr Frauen in Stage 5 von Let's Play Komaggio Densetsu 2 Stranger's Requiem. Und anscheinend waren die Wartungskosten für die, ja, Äxte, stimmt, etwas viel zu hoch. Im Vergleich, der ist, wo fehlen sie nämlich hier, wenn wir an die Arena denken aus dem Vorgängermodellspiel oder was auch immer. Ich meine, ich finde es gut, aber was soll's. Der erste Raum war ja auch nicht so, ist immer dort, Mann. Dort, Mann. Ich mag diese Bogenschützchen nicht, aber es ist ein cooler Gegnertyp, dessen ballistische Flugbahn der Pfeile sich sozusagen an unserem Standort oder an die Erfährung, die wir zum Gegner haben, annähert. Oh nein. Oh Gott. Ja, neue Gegner. Fiese Möppe. Aha, es ist verbrannt. Aha, du hast daneben gehauen. Aha, du bist so langsam. Ich bin eine Elite-Schwertrussi und du nicht. Springen. Zitzen. Wunschst du es hier essen? Ich brauche nichts zu essen. Ich bin nämlich Superman. Ich meine, Rockträger-Superfrau, Mann. Die auf den Köpfen alle anderen rumtanzen. Aha. Kann es sein? Ich sollte mal aufpassen. Oh Gott. Äh, ich muss hier gerade rumhüpfen. Au. Und wegspringen. Zick, zick. So. Hat mich ja wie viele diese Viecher auf schwer aushalten würden. Zack, zack. Ich sollte mehr von der zack, zack. Technik nicht gebraucht machen. Zumindest, uh, gegen Gegner, die nicht fliegen, weil dazu muss ich auf den Boden aufkommen und dann kann ich gegen die Fliegen schlecht treffen, wenn sie hochfliegen. Dem Beispiel sagt, oh, nein. Okay, das war keine gute Demonstration meiner Fähigkeiten oder der Fähigkeiten, die ich in den Griff bin einzusetzen. Oder einzusetzen, gedenken. Oh Gott. Aus voller Arsenal ist sie versammelt. Aber ich vermisse noch die Schwarzhaarigen. Warum man nicht Schwarzhaarigen von richtig tolle Filmen, weil Schwarzhaarige von sich ein bisschen Schwarzhaarer sind. Ich liebe Schwarzhaarer. Ha, ha, ha. Äh, ja. Ich glaube, ich werde diese Volli mit ins Grab nehmen. Wobei sich irgendeine Schwarzhaarige mal erwartet und sagt, hey, wir kommen mit. Ich will mir meinen Ofen zeigen. Ja, sind meine Haaren nicht schwarz geworden. Ich kann mir keine Färbelmittel leisten. Oder ich muss mal nach Japan austauschen. Wie habe ich es geschafft, davon nicht getroffen zu werden? 17, haha. Genau so muss das gehen. So, geht's hier. Oh Gott, hier geht's weiter, also gehe ich mal kurz in die andere Richtung. Aha, okay. Okay, sie kann keine Getrefften. Sie rückwärts hoch springen. Sehr schön. Also, okay, hier ist doch was. Aber ich habe schon gedacht, ich bin den ganzen Weg umsonst gelaufen. Jetzt könnte hier mal ein bisschen lebenspunkte Energie sein, oder? Ich meine, ich habe ein bisschen was verloren. Jetzt könnte ich wissen, wie sie das brauchen. Und wenn ich... Jetzt kann ein bisschen mehr laufen. Halt es kommen. Oder sehen nicht. Ich habe das, wenn Gegner in... Oh Gott, es ist... Black Beauty. Oder... Wie ist das Pferd? Es ist Burning Beauty. Äh, äh. Ah. Zu slow. Aha, ich bin viel zu schnell für euch. Ihr könnt mir gar nicht. Aha. Ich fand die Arena, zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt... Oh Gott, noch mehr. Burning Beauty Action. Hör auf, an meinem Hintern rumzulutschen. Danke. Ich darf nur an meinem eigenen Hintern lutschen. Hrrr. Aha. Schön auf den Hintern geschlagen. Ja. Hat die Gerte gespürt. Die ich mit ein bisschen Klinge... Na, ein paar Rasierklingen dran getackert an der Gerte. Wirkt wunderbar, ein knochigen Hintern. Hrrr. Okay, was ist das jetzt? Das letzte Einhorn? Hm. Was? Noch einer? Aha. Er hört zu wenig aus. Hier vor allem. Na ja. Holt ich mir noch? Ich benutze irgendwie ziemlich wenig... Äh. Wie nennt sich das? Äh. Äh. Sekundärwaffen, oder? Ich mache alles ohne Sekundärwaffen. Alles. Das Spiel. Ist... Nicht... Äh, nein. Ich sollte nicht sagen, das ist... Nichts werde ich herausfordern. Ich bin gerade am überlegen, ob ich das vielleicht doch hätte in Schmer packen können. Aber... No gut. Wir können ja dazu was sagen, ob ich das, äh... In Schmer packen sollte, oder ob ich das nicht lasse. Aber ja, bis dahin habe ich es bestimmt hochgeladen. So. Zack, zack. Ähm. Okay. Sekundärwaffe. Aha. Ja. Sie macht irgendwie so einen Sprungangriff. So. Und jetzt. Zack, zack. Nein. Und... Oh, Gott sei Dank. Okay, sie ist zu weit unten. Und warten wir mal, bis sie angestimmt kommt. Ja, das ist das Problem. Die Reichweite von ihr, oder von... Wer ist die Charakterien hier? Ich habe keine Ahnung. Von der Schwertschuss hier ist schlicht... Oh Gott, der Aufzug... Oh, nein. 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 Ja. Oh. Solche Aufzug kennen ist aus Megaman. Und noch nicht mal aus Megamari. Oh, nein. Genau in den... Ich will das überleben. Danke. Ah. Oh. Nein. Da flitzt das Essen nach unten. So eine Sauerei. Ah. Stirb doch mal. Wäre schön von dir. Psch. Psch. Kann ich doch erst das Essen noch gekriegt. Ah. Ah. Okay. Okay. Das ist der Penisraum. Ah. Ich mag ihn nämlich nicht. Und eigentlich könnte ich mir auch gleich sterben lassen. Zack, zack. Ich habe keine Ahnung. Einen Vorgänger konnte man noch unter die Fächer drunter springen, wenn sie selber gesprungen sind. Aber nein, dieses Mal natürlich nicht. Ah. 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 Ja, danke. So. Ausgewichen jedenfalls. Oh. Sie halten sich zu viel aus. Okay. Das hätten wir schon mal geschafft. Das hätten wir schon mal geschafft. So. Es wird noch schlimmer. Es kommt härter. Und es wird... Nee. Wir werden jetzt noch gleich. Wir wollen über die Erde regieren und unserem eigenen Haus Stampfer attacken siehe. Ah. Drücke und Beine verurteilen wir. Mehr und mehr Haare. Das wollen wir. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf den Schwachsinn komme, aber er fällt mir gerade ein. Oh. Oh. So. Ich muss ein bisschen Konzentration an den Tag legen. Es ist ein schwieriger Raum und der fällt viel zu viel aus. Ist der aus Erde oder Felsen gemacht, dass er so viel aussieht? Ich weiß es nicht. Oh Gott, Werwolf. Werwolf. Oh, war das knapp. Na, aber den kann ich vielleicht nicht schön hinlocken. Aha. Kommt nicht hier durch. Kommt nicht vorbei. Und. Au. Oh, ich hasse mehr, Wölfe. Es ist time to for hand-to-hand combat. Mortal Kombat. Das kann nur einen geben. Zing, 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 zing. Und was? Noch einer? Leck. Hallo, hallo. Hallo. Was ist jetzt los? Ich verstehe nicht, was los ist. Hallo. Bitte nochmal. Okay, ich weiß nicht, wo er das gerade herkommt. Nein, nicht greifen. Nein, nein. Autsch. Ich habe keine Ahnung. Boah, das ist echt gerade übel. Zeig. Okay, ich hätte ihn nur von Anfang an in den Schritt hauen sollen. Oh, ich weiß nicht. Oh, zack, zack. Oh. Oh. Oh, das ist echt. Das Problem scheint. Oh, hoff ich. Für den nächsten Bosskampf. Du bist gut gekommen, Sakuya? Du bist... ...und er ist ein Schmerz. Wenn ich Sakuya bin, dann hab ich mir gedacht, ich dachte, ich hätte etwas schnell kommen, aber... ... du bist doch hier der Bein der Kuhm-Masche. Hast du dir驚igt? Ich habe mich nicht mehr驚igt. Du bist der Bein von der Frau von der Frau, der... ... was? Für eine Symphony of the Night-Referenz. Nichts zu sprechen. Ich bin nur ein... Was ist das? Hast du das nicht gehört? Gehe von hier. Jetzt, sofort. Gehe von hier. Gehe von hier. Gehe von hier. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Okay. Ich muss mich erstmal wieder an das Bewegungsmuster gewöhnen. Haha. Verdammt. Ja, epische, super, geile Musik. Haha. Ich habe deine super Attacke. Sowas von ausgewichen. Oh nein, 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 nein. Nein. Ich glaube, das wird in diesem Versuch nichts mehr. Nein. Nein. Verdammt. Das hätte doch beinahe so gut geklappt. Geile Musik. Ich liebe diese Musik. Oh Mann, diese Attacke hier. Höher, höher. Höher, weiter. Au. Oh. Auf deine... Ähm, schlecht. Wie habe ich das geschafft? Hahaha. Hahaha. Du kannst mir nicht. Ausweichen. Sehr schön. Au. Und nochmal warten, bis die Kacke da am dampfen ist. Uah. Und... Abwarten. Das muss doch jetzt klappen. Uah. Und auch mal ausweichen. Danke. Oh, ich dachte schon, die wollten wiederkommen. Oh. Nein. Oh. Das hat mich doch eindeutig getroffen. Egal. Doch. Geh dich. Verdammt. Zack. Ah, dich kriege ich jetzt. Dich kriege ich noch. Dich kriegen wir noch. Aha. Und da.... Was hat mich bestimmt ist du leaves? Du best is ... Gel problèmes. Au. Da-dee. Pasран hijo. Corona. Losers sind die V Marcelin. Losers sind deine Beleye die Welt zusammen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wem ja... Wenn würde ich mich... Knove im Sch gardensмотр кил, Freude. Ich habe einen Bewerbler. Das ist ein Bewerbler. Ja, so. Es war etwas lustig. Es war das nicht so gut. Was ist das hier? Ja, so. Ich weiß nicht, ob ich es nicht so genau. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe es einen kleinen Schmerz. Ich habe es direkt gefragt. Wenn du dir das schon mal fragst... ...und... 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 ... ...meerfrauen... ...meerfrauen! ...ein Frauenvoller Meer... ...oder... Ein mehrvoller Frau, besser gesagt. Doch werden wir es schaffen, Rahn in ihre Schranken zu weisen. Und es wird wohl eine Frau sein, weil die alles so eine Frau ist, was hier rumläuft und keucht und fleucht. Bis zum nächsten Mal von Let's Play. Äh, Stranger's Requiem. Und, ja, bis dann. Ich werde einfach mal die drei mitnehmen. Äh, die und die. Bis dann, ciao.